Rinaldin hat verschiedene Bilderaufhängesysteme im Sortiment. Dieses Bilderaufhängesystem von Artitec heisst Uprail und wird direkt an die Decke fixiert. Die Schiene ist weiss, kann allerdings in der gewünschten Farbe lackiert werden. Sie ist in zwei Längen erhältlich, 2 Meter und 3 Meter. Sie hat eine maximale Tragfähigkeit von 20 Kilogramm pro Meter. Sie wird an diesen Clips, die in Abständen von maximal 40 cm an die Decke befestigt werden, eingeklemmt. Rinaldin liefert auch Sets mit kompletten Montagezubehör, sowohl für die Schienen zu 2 Meter als auch für die zu 3 Meter. Diese Sets enthalten die Clips und die entsprechenden Schrauben und Dübel zum Aufhängen der Schiene an die Decke. Endkappen zum sauberen Schliessen der Schienenenden sind ebenfalls enthalten. Wie bei den anderen Schienen empfehlen wir, Perlen oder Stahlseile mit Twister zu verwenden. Das Seil mit Twister wird in die Schiene eingeführt und dann um 90 Grad gedreht. Sie finden die Bilderschiene April im Rinaldin Katalog und in der Webseite www.rinaldin.com. 3. 4.